hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wir verzweifeln jede runde mehr runde quasi von mit testig es sieht so nach dem finale aus ich weiß es nicht aber da madame ich nerv euch zu tode in den letzten drei folgen war so zwei level da oben auf dem thron hockt deswegen so stimmt wir können hier auch fliegen stimmt ja deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher wie das ganze wird aber ich darf auch nicht draufklicken weil der epische vorher reingegangen so was ist mit ich ach so du hast dich nicht bewegt oder sagt das doch 22 grüne zwei grüne was ist mit denen ein problem alter verstehst du so doof im weg rum hilf uns mal lieber oder machen die ursachen wir bitte nicht dass die was da rein machen kommen wir machen das weg glas glas muss da aber wo ist die eule ich glaube ich bin ich bringe die tränke zu den goblins mit der passenden farbe also links 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 was dazu warum rühr ich ja eigentlich die ganze zeit noch nee das war nicht passend oder doch das grüne jetzt haben wir ein blaues alraune und ich mache die alraune und und blatt 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 ich überlasse jemand den längeren weg ich habe es nicht gesagt nein jetzt ist das holz wieder sag mal willst du mich jetzt hier blau du siehst ja die farben muss ich dir nicht sagen oder nein zwei aronen einen pilz zwei aronen einen pilz was mache ich damit einen goldenen pilz das weiß ich wer soll ich das wissen verwende die goldenen zutaten um noch schneller zu brauen aber kannst du nicht lesen das wer dies der bleibt ach komm ich schmeiß das mal mit da rein so wir brauchen äh warte mal zwei oder drei äh ja ja fertig 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 machen fertig machen fertig machen glas 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 ist alles drin glas 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 ach dann kannst du dir eine zutat sparen es ist nicht drin zwei aronen einen pilz steht hier ja was hast du denn gemacht damit oder müssen wir es kann man da muss doch heizen noch mal das war noch nicht fertig ist das dein ernst jetzt ich bin die ganze zeit am rühren gewesen alter zwei aronen einen pilz eigentlich schon drin den goldenen kannst du ersetzen habe ich schon reingemacht nee du hast eine aronen reingemacht ja glas 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 zu der passenden farbe hörst du nicht zu aronen und was grünes was grünes das hört sich mal toll an also ich meine das blatt natürlich aronen kommt holz kommt auch gleich und glas nee ich hab holz reingetan erst mal wo sind der typ da zwei grüne blätter wer ist die denn wo kommt die alte jetzt her warte mal die hat mir ein goldenes baby nicht reintun nicht reintun ja aber warum nicht weil die nicht dazu passt das ist das rezept was ja aber die haben gesagt mit dem goldenen dann ist es schneller zwei aronen ein oder kann ich die aronen jetzt so da reinschmeißen sagen ja gut zwei 1 1 1 1 pilz noch ja mach ich will röselung weil sonst auch ich kann nicht wir haben noch 60 sekunden jetzt warte mal schnell ja ich weiß ich mag den film unheimlich kannst du es doch nicht einfach verbrudeln lassen hier zwei grüne blätter wo schaffen wir das noch was jetzt los was machst du ja du musst es doch links mehr ach so deswegen ach so wir haben kein feuerholz mehr moment ich rühre immer schön weiter ja das ist kein feuerholz das kann ich nichts für ein blatt eine raune vielleicht kriegen wir das noch hin aber nicht wenn ich hier die ganze zeit gegen die wände laufen auf den kobold achte alter doch ohne habe ich schon nein jetzt bin ich das oberer machen scheiße ey wieso liegt ihr das jetzt auf dem boden sag mal ey was macht die hier nein lauf lauf zum blauen zum blauen ja er ist besoffen ist aus dem ach so aus den das ist mir jetzt gerade am ende das erste mal aufgefallen aus diesen goblins oder was das sind äh sind diese frauen geworden ja die sind dann befreit ich verwandle die ja das ist ja toll dass du mir das jetzt sagst denkst du ich achte darauf während du spielst sieben sekunden willst du mich denn oh und das war quasi die einführungsrunde gerade ne denke ich mal äh ach so da geht warte mal Sibyl hat die Kinder hat das wahrscheinlich die Hexe hat die Kinder in goblins verwandelt und lässt sie für sich schuften ihr müsst all diese Kinder von ihrem Fluch befreien und sie zurück zu ihren Eltern bringen was führt sie nun im Schilde ihr dürft keine Zeit verlieren also rein mit dir zack äh was Skelett wirft den Schädel und den Schädel in den Kessel wieso wirft das Skelett den Schädel in den Kessel ja hoffentlich nicht einfach so nein da steht Skelett wirft den Schädel also nicht wir sondern das Skelett wirft den Schädel da rein aber wann wie wo ich verstehe das nicht oh Gott wir müssen mal gucken wo ist das Skelett überhaupt hier ist kein Skelett ah da ist ein Skelett ach so wir wissen gar nicht was wir überhaupt machen müssen warte mal zweimal grün und einmal Skelett und grün dann macht da noch ein grünes rein wo ist ein grün ich sehe hier gar nichts drücke B um die Skelette aufzuhalten haha wie geil ok wo ist denn grün da hinten äh oben rechts ok ja ich muss ein bisschen in meinem Kessel bleiben damit ich die Skelette aufhalten kann und dann zu den Goblin denke ich mir mal gleich geben so wir brauchen nochmal einen das heißt der wird das wahrscheinlich hier oben rein tun gleich äh wieder mit grün hol ich uns die Hose kann ich nicht hinbringen äh ach so hol ich uns ja nein nein du nicht du nicht scheiße ja aber nur einer darf da rein werfen wie kann ich das machen äh bei mir Rechte also B hau ab los hau ab oh Gott jetzt dürfen keine mehr rein jetzt müssen wir zweimal grün machen uch ach scheiße hau das Skelett wenn es zu nahe kommt nie B nee ja muss aber zweimal treffen immer ja bei mir geht das nicht ja bei mir geht das nicht pass auf direkt beim Dings du musst auf den Kessel achten nicht in der Gegend rumlaufen hallo was macht der sag doch dass das das äh äh wir brauchen oh nein wir brauchen wieder Feuerholz zu den grünen zu den grünen auch ehrlich äh und zwei Skelette da müssen wir das hier unten rechts machen ah da ist kein Feuerholz Moment ich hol eben nein jetzt geht achso sind doch die richtigen hier achso nein wir haben jetzt drei reingemacht ach nö hier mach mal den hier rein diese Idioten ich hab schon den was denn ne grün brauchen wir nicht da kommt doch einer da kommt einer lass den rein die grün brauchen wir nicht denn für den Trank ja weil wir wir haben keinen grünen Trank ich mach den anderen schon nein achso scheiße zu denen okay zweimal blumen zweimal knoblauch knoblauch ist hier oh ich hab ne blume hier nein ach du Arsch oh ja der hat ja zwei Dinger da reingemacht ich hab ne blume hier aber ich hab kein kein Feuerholz das das explodiert oh Leute aber du brauchst doch Knoblauch oder? nein das musst du erstmal weg hier so jetzt hab ich ne blume und Knoblauch können wir das einfach reinwerfen da ist fertig der ist fertig ah lauf doch nicht immer gegen die scheiß Mauer wann jetzt hab ich von dem Knoblauch bekommen willst du mich verarschen ich brauch wieder blumen und Knoblauch nein geht weg hier geht weg ihr blöden Idioten hau ab du auch hau ab warte hier ist ein Blume nein ist die nicht die oh achso wir haben kein Feuerholz hallo das bin ich hol mal lieber ein Glas schlag dich schlag dich sowas von zweimal grün brauchen wir einmal also ignorier die rechten wir machen das jetzt hier links äh grün brauchen wir nein 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 du nicht geh weg geh weg so wir brauchen Glas 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 immer noch Glas das grüne das grüne stellst du den grün noch mal zwei grüne aber das schaffen wir nicht mehr äh falsche das doch noch ach ach du scheiße vor allem wenn dann auf einmal drei Skelette auf einmal kommen und du klatsch die an und die gehen nicht kaputt oh oh gott oh wir haben ne wir haben ne Pilzmütze bekommen häh? nein bitte keine Geister mehr ich hasse Geister äfft euch geister ist geister ist geisteressenz oder geisteressenz oder skelett und alraune warum warum brennt er nein jetzt brenne ich hau mich hau mich hau mich kann es jetzt noch mal sinnvolles machen nicht wirklich also ich kann mich hier löschen aber ich kann im moment nicht löschen warum weiß ich nicht achso ich kann gar nichts machen im moment nein alter willst du mich verarschen? ich kann nichts halten und nichts wenn ich hier warum hast du da Feuer drauf ach jetzt endlich ach komm ey ach bitte mach hier ein Ding rein sonst kriegen wir es nicht fertig ja ich lass das Skelett ja durch nein das ist nicht das Geister alter ja danke was hast du jetzt gemacht? du hast scheiße gemacht Skelett und äh alraune wir brauchen aber nur ein Skelett ich hab aber was anderes gemacht boah ich hasse diesen Geist ich weiß schon warum ich gesagt habe ich hasse diesen Geist mein Gott ich mein es ist ja schön Pause zu haben aber das ganze Spiel über fast nichts machen zu können ist Mist na na oh ey ich bin überhaupt nicht nach da oben gelaufen ich hab das Ding da drauf gelegt man kann wieder nichts machen Mann wieso steht da dass ich das drücken soll und ich kann es nicht drücken willst du mich denn hier ja genau es war so klar es war so klar so die alraune liegt seit Ewigkeiten da die brauchen wir nicht doch das Rezept ist doch da nein lass das mach den endlich kaputt man ja toll jetzt sind zwei drin super ich hau da stundenlang auf den drauf Alter das ist nie normal hier hast du einen geilen Kopf ja kommt jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt jetzt oh mach Hähne Junge da kommt noch ein zweiter aber den darf man nicht durchlassen äh 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 was jetzt wieso was keine Ahnung hä du hast das Blatt doch drin gehabt oder nicht aber überhaupt nein das war an der alraune oh alter ist das dein ernst rühr 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 ich kann gar nichts machen noch ja und ich kann ihn nicht schlagen ich kann auch wieder nicht ey das ist ich verstehe nicht warum man manchmal das Ding äh das Eis hier nutzen kann manchmal nicht können wir auch können können wir das neu starten weil das hat keinen Sinn mehr ja das geht jetzt eh okay alter wenn dieser beschissene Geist nicht wäre dann hätten wir schon bestimmt fünf von diesen Dingern da drin nein jetzt ist das Brettchen weg jetzt kannst du es vergessen es ist eh kein Arsch wir haben nicht eins geschafft noch eins ja ich sag ja wir hätten mindestens fünf von denen schon fertig gehabt wenn dieser scheiß Geist dann nicht die ganze Zeit rumgrusen würde ich bin egal wo ich mich hin bewegt habe jedes Mal stand ich in dem Geist drin dann konnte ich mich nicht löschen ich wusste nicht warum obwohl er mir angezeigt hätte ich soll mich löschen also das ist total dämlich gewesen gerade hey wir sind unten achso weil der das hier oben mitgezählt hat wahrscheinlich wir sind in dem Balken ein bisschen höher nämlich unten ist wieder ein Regenbogen dabei oh Geistgefick man Geist und Grün und die Flaschen x-drücken nö zum aufsaugen nein ja geil was machst du? also x-drücken funktioniert nicht stand auch nicht da nein ach ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel das nervt sowas dieses Dreckspack hier von Skeletten Skeletten ja machen sie explodieren und lass uns eh für den Arsch gewinnen ey was ist der Geist drin? was machst du da? ja ich habe versucht den Geist aufzusaugen aber das weg den habe ich schon geholt man muss ich alles alleine machen oder was? da riecht den anscheinend muss ich ja alles alleine machen oh mein ja ich habe keinen Bock mehr weißt du das ach ey hau den boah ich kann wieder nichts machen das ist zum Kotzen ja und ich kann auch wieder kein warum auch immer wieder kein Dings hier holen kein Eis alter ja ich bin wieder gestunt Martin nein er hat eine Auraune drin und einen Geist ach der läuft mir hinterher oder was der mit dem Feuer dann kann ich den so weg lenken hol da mal eine Auraune kann ich nicht dann nicht wird hier gleich gestunt ich habe zwar eine raus geholt aber mehr kann ich nicht machen ach ich kriege es dann ist aber eh nichts drin ja und aus dem Stun heraus den nächsten Stun mit dem Feuer natürlich Alter ich weiß gar nicht was wir jetzt überhaupt brauchen ne es war nicht der Regenbogentrag wir brauchen dann ein immer noch Geist und einen Grün einen Grün einen Geist habe ich ich will mal die Skelette aufhalten oh Alter guck mal dich drum dass du es abgibst ich mach das Skelette nein das ist der oh der ist hinter dir hier das heißt du musst den ein bisschen weg lenken vom Kessel ein Skelett brauchen du und ein Blatt kann man den auch da rein lenken ich denke nicht nein ach ne der muss ja da hin oh komm lauf da rein lauf da rein lauf da rein komm 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 ja oh nicht der oh scheiße ich kann ihn nicht weg machen ich krieg's nicht ab Alter ich kann aber auch nicht hauen wegen diesem beschissenen Feuer ne ach komm ey hätte mich dieses dämliche Skelett jetzt nicht kurz vorm Ende umgerannt pass auf läuft da nicht direkt rein der ist schon hier so was macht der Regenbogen äh äh Skelett und Araune komm jetzt schlag der Regenbogentyp kommt nach rechts äh wo ist er denn jetzt unten rechts unten rechts äh wo ist er denn jetzt unten rechts unten rechts alter trifft ihn doch einfach mal oh einen müssen wir aber durchgehen lassen jetzt kommt der Geist zu mir oder was willst du mich jetzt hier hau mal das Ding wieder hier bitte ne das oh das ist falsch da muss nein da muss grün und das Skelett fallen ja ich bin schon ran nein ach du hast ihn nicht ja ey was macht keinen Sinn mehr ich hab beide kaputt gemacht und das Skelett ist wie geplant durchgekommen also beschwer dich nicht das sollte aber nicht durchkommen du hast aber nicht das grüne reingemacht sondern irgendeinen anderen Quatsch das ist das Problem oh der ist auf mich aggro du musst die Skelette machen also eins musst du durchgehen lassen ich versuch den nachher links ein bisschen zu lenken ja komm mach den Kopf da rein Junge alter Skelett und grün wieder das ist so ätzend wenn der die ganze Zeit hinter dir her läuft alter geht der auch nochmal woanders hin das Skelett ich kann nichts machen ich muss den hier ständig weg lenken da ist ein Skelett beim ich krieg den nicht ich schaue die ganze Zeit da drauf aber ich krieg den nicht äh du kannst ein Geist was machst du denn jetzt ein Geist ohne all raun oder was ja hau bist du witz oh alter ich kann nichts machen ich kann nichts holen mach du nein jetzt ist der auf mich aggro nein oh man ey oh man ey warum gehen die immer genau auf den der gerade was trägt keine Ahnung auch Raun und Geist könnten wir machen hallo wieso geht die dann in andere ey ich ziel die ganze Zeit nach oben nein nein er hat rein gemacht wieso trifft er den nicht ich hau da die ganze Zeit drauf so trifft er den aber was willst du mich denn oh ne ich weiß nicht auf jeden der aggro ist da der blaue ist weg habe ich abgegeben er ist auf dich aggro äh zweimal Knoblauch einmal Araune äh zweimal Knoblauch einmal Araune siehst du doch hier oben ist es genau das gleiche nein hier ist 33 hier oben äh 32 man also zwei skelette eine beere beere ist in mache setz diesen scheiß zwei skelette das ist gut noch nicht mehr warte doch mach ich alles drin ist erst jetzt werf Junge komm äh da hallo äh Skelett und grün oder was willst du machen weil du da hingelaufen bist ne die lila wollte ich ja nicht machen oh der ist auf mich aggro ein skelett da nein pass auf das zweite kaputt machen das zweite kaputt machen schnell nein was macht er ich kanns nicht ne ich kanns nicht ne keine Ahnung ne da sind doch eh drei drin ich kanns exportieren lassen erstmal ja was ist das denn äh lass uns doch den schwanz eben machen bitte oh ich kanns wieder nicht holen weil das scheiß ding durch mich durch gelatscht ist ey ich meine der geist war ja noch okay nach einer gewissen zeit aber diese kack skelette ne die sind dann auf dich aggro latschen einfach durch mich durch hallo hallo ein blatt brombe oh ne der ist auf der ist auf mich aggro mach schnell da hatte ich das von äh äh Skelett und Blatt kannst du machen ja komm hier einmal ums Eck Junge hast du? äh raun und schwanz habe ich beides hier liegen? ja ich zieh den hier so ein bisschen oben oh oh ich zieh den oben rum äh was wollen wir jetzt noch? pass auf links kommt einer pass auf der der folgt mir nämlich hier gerade du musst den kaputt machen ich kann da nicht hin ich weiß nicht was du meinst achso oh ist das ätzend ey diese scheißvieh ne raun und schwanz hatten wir gesagt haben wir noch einen schwanz überhaupt? oder blatt und und beere kannst du auch raun und liegt hier links raun und borg ja liegt links auf dem boden da kommt noch ein skelett boah ey das ist so nervig du kannst nirgendwo hin ne weil der verfolgt dich ja aufschritt da kommt links einer ich hab einen trank noch von den schaffst du noch? einen hab ich noch geschafft äh beere und blatt beere ist drin blatt brauchen wir noch blatt ist oben rechts ich muss dir brauchen ich muss rühren sonst gehts nicht aber der ist akku auf mich ohhh nein der ist akku auf mich der läuft noch die ganze zeit hinterher wieso hab ich jetzt da unten Feuer gefangen obwohl der gar nicht in meiner Nähe war? alter wir haben 50 Gewinn freigeschaltet heute ja toll das ist mir grad sowas von scheißegal dieses dieses Spiel zerrt an meinen Nerven gerade blätter unten rechts augen oben rechts äh auge und alraune das ist die einzige die ich nicht gesehen habe achso alraune unten rechts der ist schon wieder auf mich akku nein nein ach man ich hab ne neutralisiert pass auf der macht dir was rein hau den achso da ist der Kessel sag das doch ja da unten lief aber der rum der mit dem Feuer war den hab ich ja genommen den hast du nicht genommen wir können auch drei alraunen rein machen das ist Regenbogen der hat mehr äh aber was mit dem Kessel? der bringt mehr Punkte ne ach schwebblecke nein wieso ist der jetzt Feuer? jetzt haben wir zwei Feuer ooooh also ich hab zwei alraunen hier wir brauchen drei Stück aber das Skelett beide Skelette laufen mir irgendwie ständig hinterher boah ich komm hier nicht vorbei okay ja jetzt hab ich's du musst die kaputt machen zwei alraunen fehlen noch ach ich kann die ja nicht nehmen alter wieso kann ich das nicht rein machen? ach ach was ist das für ein Scheiß kann man das nicht mehr rein machen? jetzt ist es explodiert jetzt ist es nicht mehr ach den kann ich nicht schlagen wieso bin ich jetzt die ganze Zeit am brennen? man mir ist doch überhaupt nix kannst du mich verarschen? jetzt fehlt mir wieder eine alraune irgendwie ist die jetzt untergegangen bei dem ganzen Scheiß hier Problem ist ich kann nicht alles auf einmal machen ich kann nicht gleichzeitig die ganze Zeit hier machen und drei Skelette abhalten oder gehen die jetzt auf dich? ja oh ne der geht definitiv auf mich ach jetzt ist er eh ausgegangen ok alter die gehen alle auf mich ach ne vorbei ja keine Ahnung warum willst du überhaupt diesen Scheißdrang da machen? drei alraunen was ist da so schwer dran? dadurch kriegst du mehr Punkte ich hab fünf Skelette die mir hinterher laufen das ist ein bisschen schwieriger rechts ist auch schon wieder einer jetzt hat er mich getroffen das heißt ich kann den auch nicht hauen oh wenn du einfach nur blöd im Kreis rennen kannst das ist nur nichts machen kannst das ist so ätzend na was ist jetzt los? wieso ist jetzt hier wieder so ein scheiß Schädel drin? äh komm wir machen auch einen Fehler wir müssen eine Sprengladung machen warum machen wir das nicht? damit kannst du die Skelette entsprennen du musst dich darum kümmern dass du die Dinger machst ich muss dauernd vor fünf Skeletten wegrennen hier ach was meinst du was ich mach? ja nicht vor den Skeletten wegrennen die sind mich alle auf mich abrühren es liegen drei da also so schwer ist es nicht ähm ähm oh 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 плюс oh 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 eine Das darf nicht durch. Das Auge habe ich da hingelegt? Hol eine Flasche, schnell. Sind die Flaschen, sind die Flaschen. Auf der anderen Seite. Boah, natürlich ist der auf mich aggro. Kann der mal auf jemand anderen aggro sein? Ohne Scheiß jetzt. Der ist auch wieder auf mich aggro. So einen Schwefeltrank kannst du machen. Wie geht der? Schwefel rein. Ja, geil. Oh, Alter. Ist das euer Ernst mit diesen scheiß brennenden Skeletten? Die gehen mir so ab hier. Alraune und ein Auge. Ja, oder zur Not Skelett und ein Auge, falls es daneben gehen sollte. Ich habe eine Alraune hier. Der brennt auch da oben. Hol mal Holz! Du bist lustig, wer die von vier Dingern verfolgt. Hol mal Holz, da ist noch einer, den du klatschen musst. Irgendmal nach oben wieder. Der Trank ist gleich weg. Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Nein, nein, hoch. Nein, der eine ist auf dich aggro oder was, die andere auf mich? Ich kann den Trank nicht abgeben. Ich kann den Trank nicht abgeben. Ich weiß nicht, wer den kriegt. Ja, der hier unten oder nicht? Der ist weiß. Ach man, ich weiß es nicht. Ja, nimm doch mal den bei dir. Mann, ich bin hier oben. Ich kann ja mal nicht vorbei an den. Ja, deswegen soll es ja drücken. Oh. Ja, ach, vergiss es einfach. Er steht jetzt da, der Trank. Ich kann ihn nicht nehmen. Musst du machen oder was auch immer. Nee, ich kann nichts nehmen. Nein. Alter, ist das dein Ernst jetzt? Jetzt läuft der nicht mitten rein hier. Der will das nicht. Das ist der nicht. Auf der anderen Seite oben. Ja, oben den habe ich eben probiert. Hä? Das ist doch nicht der gepunktete... Oh, ey. Wo läuft der hin, Mann? Will der unbedingt von denen getötet werden, oder was? Das war echt der gepunktete. Ja, jetzt habe ich sie alle hier unten. Super. Ja, und hat es auch schon erwischt. Auge Allraune oder Grün und Schädel? Ja, okay. Allraune haben wir einen hier unten. Warum hat der jetzt einen Allraune in der Hand? Ich bin extra zu dem Grün hingelaufen. Willst du mich verarschen? Oh, das sind die Hellen. Allraune und Schädel... Äh, Blatt und Schädel meine ich. Blatt und Schädel. Ja, ja. Oh, scheiße. Ich habe die Schädel gehauen. Wir sind nervlich total am Ende. Aber werden wir das Finale dennoch schaffen? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.